Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in so einer weiteren Folge Minecraft Friends und Friends-Szenen. Ich habe diese Folge drei Stunden vorbereitet, was ihr anhand dieser Dungeon-Checkpoint sehen könnt. Da ist Dungeon 7, dort haben wir die 6, dort haben wir die 5 und noch viele weitere, die wir heute erkunden werden. Oh mein Gott, ich habe noch das Mr. X-Kostüm an, aber ich bin nicht Mr. X, ich bin Benson. So, ähm, mein Logo. Der ist noch, der ist noch im Schlummerland, ey, anscheinend. Ich habe übrigens was Geiles herausgefunden, was mir sehr in die Karten spielt. Und zwar gibt es den Floristen, und der Florist tradet schon auf niedrigster Stufe für Smaragde Honigwaben, die ich für mein Stargate brauche. Weil, wie ihr seht, das Ding ist komplett durchoxidiert, das heißt, da müssen wir noch mal ran. Aber, äh, da fehlt mir ein Villager-Actail, das heißt, wir müssen hier irgendwie mal einen vierten Villager in diesen Knast reinbringen. Aber wir wollten hier eigentlich was anderes machen. Und zwar hat mir Logo irgendwie erzählt, dass, nee, warte mal, erst mal den Dino, genau. Der Dino soll wohl von Easy sein, von ihrem Dino-Park, den sie da hinten in den eigentlich Säureminen hat. Und, ich meine, du hast das Item, ne, was man dafür braucht. Ah, ja, warte, ich schaue mal, das ist irgendwo in einer meiner Kinder. Nein, nein. Oh, ich hab's direkt gefunden, ich hab's direkt gefunden. Boah. Ja, ich hoffe mal, das geht auch mit dem Gekochten. Hier, probier mal. Boah, der sieht leck, der sieht aber ein bisschen schmackhaft aus. Gekochter Trilokaris-Schmanz, okay. Nee. Oh, hä, wie cool. Boah, vielen Dank, ich hab einen übrig sogar. Vielen Dank. So, und das ist jetzt, warte mal, wenn ich den jetzt loslasse, dann fliegt der aber weg, ne? Genau, genau, die fliegen super schnell weg. Okay, ich häng dran. So. Leertaste. Leertaste macht den Boost. Oh, Alter, ist das schnell. Hä, aber ich kann den nach unten. Ach nee, oh Gott, ich barge. Ah, ich muss ein bisschen auf den Stacheldraht aufpassen. Wie hast du den so schnell nach unten bewegt? Ich glaube, ich kann den nach unten steuern, warte mal. Aber der lädt, ich muss warten, bis sein Boost aufgeladen ist. Mit Shift oder? So, warte. Jetzt kann ich aber nicht mehr hochfliegen gerade. Ah, jetzt. So. Alter, jo, ey, Bruder. Aber, ähm, ich kann den sauber nach unten steuern. Einfach nach unten gucken. Es dauert, also es ist natürlich nicht so schnell, wie wenn man nach oben boostet. Das ist klar, aber. Ach so, ich kenne nur, dass man den halt, dass das so wie so ein Gleiten ist. So. Nö, man kann schon relativ schnell nach unten. Cool, jetzt habe ich auch einen. Das ist easy. Ey. Wir werden von Mr. Glubschi beobachtet. Oh nein. Officer Glubschi. Es ist Officer Glubschi. Was macht ihr Schönes? Ich wünsch, der würde endlich aus seiner Officer-Phase rauswachsen. Warte mal, das kann ich auch bei Dino aufpassen. Nicht auch bei Dino aufpassen. Pass doch mein Dino auf. Das ist auf meinem Grundstück. Das gibt Zinsen. Eins der Kartoffeln. Der wird jetzt so sauer sein. Immer müsst ihr mich killen. Immer müsst ihr übertreiben. Oh, ich habe Gambo outmaneuvert. Ja, du hast den schon gut geklatscht. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber Gambo rennt doch wirklich nach drei Wochen Freunde immer noch mit unverzauberter Eisenrüstung rum. Äh, Ben, Ben. Ich hab wirklich keine Rüstung. Ich hab nicht einen Rüstungsbeutel gerade. Ehrlich? Ja. Nein. Doch. Hä, er hat aber Full Eisen. Und er hat einen Helm mit Fluch der Bindung. Ja, den ist er jetzt wenigstens los. Nee, Fluch der Bindung bleibt immer dran. Du meinst Fluch des Verschwindens. Jaja, aber er ist ja gestorben. Dann kannst du ja jetzt weg. Nee, nee. Nein, nein, Bindung bleibt. Aber er kann doch jetzt einfach den Helm mit der Leiche lassen zum Beispiel. Ja, könnte er. Dann bleibt er in der Leiche. Ja, dann bleibt die Leiche aber auch auf meinem Grundstück. Gambo, Alter. Ich hab nicht mal einen Rüstungsbalken. Ich hab dich auch nicht geschlagen, ne? Ich dachte, wir kämpfen. Das klang so. Ich wollte dir einfach nur einen Hit geben. Aber du musstest es wieder übertreiben. Ja, ich dachte, wir machen jetzt so Gladiator-Kampf. So bam, 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 bam. Ich werde immer geschlagen. Er hat den Helm wieder angezogen. Ich kann das nicht mehr. Den behalte ich bis an mein Lebensende. Ich glaube auch, ey. Ich wünschte, ich hätte meine Diaboots auch bis ans Lebensende behalten können. So, ey, warte mal. Wir wollten das ja mit den Schematics hier. Also ich hab hier verschiedene Sachen. Ich hab aber zwei verschiedene. Ich hab einmal einen Crafting-Effekt und einmal einen Schematic. Ähm, Crafting-Effekt, wenn du das aufstellst, ist relativ einfach. Guck mal, hier ist ja deine Tetra-Arbeitstischbank da. Dann nimm mal die Schematics. Welche soll ich mal nehmen? Warte mal, lass mich mal ganz kurz durchlesen. Hier, das klingt cool. Ich will das hier. Das hänge ich jetzt einfach auf. Ah, okay. Genau, und jetzt kannst du in der Werkbank darauf zugreifen. Ah, das hab ich. Das hab ich. Aber das hatte ich, bis ich mein Schwert aus Versehen... Ähm... Ah, da mach ich... Ah, das ist quasi so ein vorprogrammiertes Schwert. Hm. Ich mach mir jetzt... Ich mach mir jetzt ein Wurfmesser. So. Hey, das ist meine. Ey, ich versteh nicht, wie ich darauf zugreifen kann, ehrlich gesagt. Wie mach ich das? Äh, na, du packst da jetzt ein Schwert rein, was du so da im Wurfmesser machen möchtest. Äh, warte hier. Guck mal. Ach so, ich muss was reinmachen. Das große Gute würde ich dafür nicht nehmen. Ja? Warte, ich hab ein Gutes. Ich hab ein perfektes dafür. Hier, hallo. Ich hab dir eins reingelegt. Da kannst du das doch sehen. Nee, warte, ich hab ein Gutes. Also, ich hab hier ein Emerald-Schwert, so. Hm, und da tauscht jetzt die Klinge oben auch rechts aus. Ah, und die vertausche ich gegen... Throwing Knife. Wollen wir natürlich aus Diamanten haben. Ist klar. Dann ändert das zwar sein Ding, ist aber ist ja nicht schlimm. So. Craften wir. Und jetzt hab ich ein Diamant-Wurfmesser. Okay, lass mal testen. Oh. Ich sag, du wirfst, werfe ich. Okay, wir können beide werfen. Ich hab Rüstung. Hä? Ich dachte, das one-shotte dich. Drei-Herzen-Schaden. Einen. Drei ist aber voll wenig. Ich kann, wenn ein Wurfmesser one-shot würde. Ich dachte, okay, one-shot jetzt vielleicht nicht. Aber drei, du trinkst keine Rüstung. Nein, keine Rüstung. Headshot. Aber drei ist ein bisschen wenig, weiß nicht. Okay, die kannst du halt unendlich benutzen. Aber du kannst halt nur eine pro Item dann wahrscheinlich, ne? Ich hab da einer mit einem Eisenwurfmesser. Digga, das hat mir sieben Herzen abgezogen. Nein, hat's nicht. Boah, auf einmal ist da Stein dran. Das Ding ist einfach eine One-Shot-Machine. Ja, ich glaub, es gibt schon krasse Dinge, aber halt nicht die, die ich ab irgendwie ... Ja, die anderen Dinger, die richtig, richtig krank sind, findest du halt nur in diesen Dungeons. Ah, da musst du ... Ah, da muss man diese Kisten aufmachen, die ich am Anfang mal hier hatte. Die sind dann fest an den Wänden verankert. Aber ich glaub, das mach ich mal, weil ich hab ja jetzt inzwischen den Hammer. Das heißt, ich kann eigentlich mal ein bisschen die öffnen. Naja. Okay, wir sollen zu Gambo gehen. Wieso fehlt denn hier jetzt auch schon wieder Stacheldraht? Das Ding hat immer mehr Lücken. Jungs, ich bin rausgekommen. Wo raus? Guckt euch das mal an! Hier wurde anders der Knast gebaut. Ich wurde in den Käfig festgehalten. Hey, die kenn ich, die sind cool. Und du kannst den ... Aber du kannst die Dinger nicht abbauen, ne? Nee, du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus, ja. Flo hat das gemacht, oder wie? Also, normal kommst du nicht raus. Also, ich hatte entweder den Vorschlag, mit Enderperle rauspacken, oder halt als Morph. Und als Morph konnte ich mich hier runterkriechen. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegst du das jetzt auch wieder weg? Ja, ich krieg's nie weg. Das ist unzerstörbar, ne? Das Ding ist, äh, Schrott. Na, vielleicht mit Blockentferner, dass Flo das entfernen kann. Ja, ja, Flo, aber der ist nicht hier. Das ist doch ein schönes, äh, ach so, man kommt gar nicht mehr hier raus jetzt. Ja, cool. Nö. Boah, jetzt auch eine neue Tür. Escape-Room-Künstler. Junge, was ist das für eine kranke Kacke gewesen? Ich war da einfach zugesperrt, hab rumgebrüllt und Fabian hat nicht gehört. Meine anderen beiden Freunde waren noch zu beschäftigt. Das Geile ist, Fabi wollte uns zur Hilfe holen. Ich wollte erholen, ich wollte erst mal durchbeleidigt, okay? Tschüss, Maria. Ja, wir haben da gerade gekocht, guck mal, was wir gemacht haben. Es wäre halt geil, wenn man es verzaubern könnte, dass es wie ein Dreizack automatisch zurückkommt. Hä, was ist das, das Schwert jetzt, oder wie? Denkst du, das Geld? Ja, das ist nicht special. Digga, wirfst du das? Ja, ja, das kann man werfen, ja. Ah, Fabi, warte mal, wir müssen mal noch was kochen. Guck mal mit. Mit deiner stylischen BMX-Fahrer-Tour-de-France-Teilnehmer-Brille. Die ist schnell, ne? Ja, die ist verdammt schnell. Guck mal, damit bin ich auch einfach schneller als du. Folgendes, pass mal auf. Und zwar, ich kann dir das jetzt nicht zeigen, aber es gab ein kleines Aufeinandertreffen mit dem Hexenclan. Mr. X, du kennst ihn vielleicht aus Freunde 1. Oh nein. Mr. X ist wieder auf dem Server. Ich kann dir kurz Mr. X zeigen. Aktuell ist das noch Mr. X. Das ist Mr. X, ja, ja. Wer ist denn Mr. X? Ja, ja, das ist Mr. X. Ja, okay. Auf jeden Fall gab es ein Treffen. Es wurde vielleicht eine Atombombe gezündet. Vielleicht hat es Elina auch erwischt. Ich rechne jetzt auf jeden Fall mit einem, ich sag mal, Vergeltungsschlag des Hexenclans gegenüber mir. Es liegt nah auf der Hand, dass da irgendwas mich bald treffen wird. Und ich brauche eine Verstärkung. Und ich möchte dich herzlich einladen, der Partner von Mr. X zu werden. Mr. Y. Ja, gerne doch. Ich muss aber leider sagen, du bist schon ein bisschen vorgebrandet. Weil ich hab, äh, weil ich, also, ja, ich musste ein bisschen rumtricksen. Deswegen hab ich mir die Lüge ausgedacht beim Treffen, dass du Schinken entführt hast. Also, also sollte, also nicht entführt, aber sollte was schiefgehen beim Treffen, hast du halt Schinken entführt. Also, easy wird jetzt auch nicht gut auf dich zu sprechen sein, möchte ich mal sagen. Und du brauchst natürlich eine Mr. Y-Verkleidung. Am besten auch einen Fisch. Und ich denke, ich hab sogar noch einen Fisch. Ich glaub, ich hab sowas auch, aber nicht in der Farbe. Nee, du kannst es färben. Nee, du brauchst ja auch eine andere Farbe. Ist ja besser, oder? Warte mal. Willst du da rüber? Du kannst da rüber hüpfen. Warte mal, ich hab drei Doppelkisten voller Hüte. Hier, ich hab doch einen. Dann nimmst du den roten. Da. Passt auch zu deinem Skin. Lass mich kochen? Oh, na ja, gut. Bei dir passt das nicht so gut. Man sieht da, der kennt dich an deinen Augen noch. Warte mal, hab ich was anderes noch. Du könntest so einen Drachenkopf nehmen. Ey, warte mal. Wie sieht es mit dem hier aus? Den hab ich, glaub ich, auch. Päh. Ja, das sieht zu Dulli-mäßig aus, oder? Hallo. Okay, ich weiß, das sieht jetzt auch nicht wie das so aus. Aber es muss schon eigentlich auch ein Fisch sein, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, das passt schon. Passt schon. Passt. Das sind die Augen eines Verräters. Drei Augen. Hast jetzt auch drei Auge, bist du ja. Na, ist doch stark, ey. Stark. Okay, okay. Aber du solltest dich, ne? Du solltest aufpassen. Falls du dem mal über den Weg läufst. Also soll ich auf easy ein bisschen ... Easy musst du vorsichtig sein, ja. Also, aua. Also wurde jetzt Elina da Atombomben-mäßig ... Elina wurde atomisiert, ja. Ich hab halt drei Bilder. Warte, ich zeig dir das. Komm, ich zeig dir das. Aber den Code darfst du nicht wissen. Okay, guck weg. Du hast da noch ein Auge, ein Fischauge. Schnell rein, Fabi. Wie kann man so ein ... Oh. Noch und noch. Wie geht das drauf? Bin gebrochen, Fabi. Also, du siehst hier, ich hab drei Bilder. Elina, Easy, Ebro. Ebro hab ich bereits ausgeschaltet. Easy, das Bild ... Elina, das Bild müssen wir noch updaten. Das ist gestern passiert. Da muss so ein rotes X drüber. Aber Easy bleibt noch. Die hab ich noch nicht ausgeschaltet, verstehst du? Ausgeschaltet? Okay, okay. Ja, als Rache, dass die alles bei mir klauen. Was hat sie denn geklaut? Ja, die wollen, die klauen die Huttaschen die ganze Zeit, damit sie ihre Hexenhüte bekommen. Oi, apropos Huttaschen. Warum ist die eigentlich so dunkel? Ist nicht mal eine Lampe, Alter, so eine Kacke. Ich ... Ich hab noch ganz viele Huttaschen für diese Reddinger. Ich muss da mal gucken, vielleicht krieg ich einen Hexenhut. Das wär big, Alter, das wär big. Aus Rare-Hüten kriegt man nicht. Ich hab bloß einen Stack davon. Woher? Ja, besser ist er auch, nämlich. Hä, warte mal. Nee, ich hab aber die Erlaubnis, da ranzugehen. Ja, okay. Außen sind wir doch jetzt Partner, Partner. Ja, jetzt. Aber der Klau fand ja davor statt. Muss ich hier auch dein Bild noch an die Stelle hängen, oder wie? Nein, 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 nein. Ich hab die Erlaubnis gehabt. Und ich hab sie auch nicht geöffnet. Du kannst sie auch zusammen öffnen. Oder du kannst sie auch allein öffnen, wie du es willst. Ich möchte die Hälfte haben. Das ist ja schließlich meine. Ja, okay. Ah, wartet mal. Ich wollte dir noch was zeigen. Also nicht dir, aber generell meinen Zuschauern. Ich hab jetzt auch den Krafthandschuh bekommen. Das heißt, ich könnte jetzt ... Also, Krafthandschuh gibt vier Schaden dazu. Das ist ziemlich viel. Wenn man bedenkt, dass mein Schwert hat, glaube ich, zehn ... Warte, ich kann es euch haargenau sagen, wie mein Schwert hat. Äh, mein Schwert hat ... Äh, 10,85. So, das heißt, wenn ich da vier dazu addiere, ist das natürlich sehr viel. Die Frage ist, was ... Na, mehr Erfahrungspunkt ist eigentlich etwas, das ich aktuell nicht brauche, ne? Dann machen wir hier den Krafthandschuh. Das ist zwar mein cooler Enterhaken erst mal weg, aber den tun wir dann im Rucksack. Jetzt mache ich babamäßigen Butzenschaden. Und wir haben eine Verzauberung. Clampering. Ich habe aber keine Ahnung, was das macht, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie als Testkaninchen hinhalten. Nee, nee, keine Sorge. Aber ich muss schon ... Ich mache jetzt Überschaden, Alter. Darf ich einmal kritten? Mach einen Kritt. Drei Herzen. Aber du hast voll Dier, ne? Nee, ich habe Eisen, Schuhe und sonst ... Also drei Dier, ein Eisen. Sehr enttäuschend. Na gut. Ähm, okay. Ich mache auf. Ich spam einfach. So. Bisher noch nix. Das sah mir unhexend aus. Bisher noch nix. Nix. Mann, nee, der Hexenhut ist übel. Ich habe einen Hexenhut. Echt jetzt? Wie haben sie? Den färbe ich. Den kann man färben. Ich färbe den rot. Der erste Hexenhut des Servers. Warte mal, das rote Farbe habe ich hier dran. So, dann färbe ich den kurz aus. Hast du nix? Dämonenhörner. Ich habe einen neuen Fisch. Hast du? Ich habe einen schwarzen Fisch. Hä? Aber der ist auch cool. Ich wusste gar nicht, dass es mehr gibt. Ähm ... Oh Mann. Ich habe auch Dämonenhörner. Warte, ich muss ja erst mal alles. Deswegen ist, ich habe jetzt so viele Hüte. Ich brauche jetzt noch eine Kiste. Ich sammle hier wirklich ... Ich habe so viel. Ich muss unbedingt meinen ... Ich pfeife wirklich auf, Garbo. Ich mache jetzt bald selbst meinen Hutschop auf. Und dann, ich habe hier ... Das ist die richtige Hand. Ja, guck doch mal die Kisten hier an. Da kommt jetzt noch eine Kiste dazu, Alter. Ich habe so viele Hüte. Warte ganz kurz. Ich muss ja ganz kurz kochen. Ey, das ist aber auch ein geiles Ding. Warte mal. Ja, warte. Wir müssen, glaube ich, meine Rüstung hier verstecken. Wieso sieht man die überhaupt? Hä? Das sieht ja komplett ... Das ist ja ... Deins sieht aber auch geil aus. Okay, warte mal. Hexenhut. Aber ich glaube, es passt mit meinem ... Oh, das passt wie angegossen. Boah, das passt perfekt. Alter. Mal ein Foto davon, schickt das in die Gruppe. Zack, Alter. Boah, das ist stark, das ist stark. Den tue ich auf jeden Fall nicht in die Kiste, ey. Den save ich mir. Den save ich mir in meinem Rucksack. Damit da nichts schiefgehen kann, ey. Ich habe auch überlegt, ein bisschen mit Aktenkoffern zu arbeiten. Es gibt ja hier zum Craften den Aktenkoffer. Weil das ist quasi ein passwortgeschützte Case. Und damit könntest du, wenn du getötet wirst, halt trotzdem Sachen protecten, weißt du? Oha. Das ist schon stark. Weil normalerweise, wenn du stirbst, können ja Leute einfach Sachen aus deinem Inventar rausnehmen. Aber den Aktenkoffer können sie zwar rausnehmen, aber halt nicht öffnen, wenn sie das Passwort nicht kennen. Clampering. Oh, Clampering ist so eine Skate ... Warte mal, wir können ja mal rausfinden, was Clampering ist. Clampering? Ist das eine Verzauberung? Ja, ich verzaube jetzt mein Skateboard mit Clampering 1. Clampering. Ich glaube, das heißt sowas wie Klimpern. Warte mal. Klimper ich jetzt? Also bisher klimpert hier nichts. Ja, ich fahre auch 2 kmh schnell. Wir müssen zur Skateboardstrecke. Klimpering ist tatsächlich sehr strong. Ich zeige dir, was das macht. Bist du da? Ja, ja. Ich habe hier ein bisschen Stress beim Skateboard, aber ... Zack. Hä? Ja, ich kann Blöcke damit hochfahren. Zack. Ach so. Das ist nice. Das habe ich auf meinem Schuh. Guck mal, ich kann einfach hier hochgehen. Wenn ich jetzt auch eine Verzauberung drauf habe, dass ich offroad genauso schnell bin wie auf Stein, dann wäre das Ding gar nicht so schlecht sogar. Dann wäre das schon gut. Ich meine, das Handling muss man ein bisschen dran arbeiten noch. Earth-Crosser braucht man dafür. Und wenn du die beiden Verzauberungen hast, kannst du einfach über ... Kannst du einfach langspeen. Dann bist du halt ... Ey, das ist wie schnell du dann bist. Sehr schnell. Ich brauche unbedingt diese Verzauberung, Alter. Das wäre crazy. Die Frage ist, wie kriegt man die? Die kann man die ... Naja, über Bücher oder wenn du Skateboard reinlegst oder so. Na gut. Ich habe zu tun. Ich auch. Ich will nämlich jetzt meine Dungeon-Tour machen, Fabi. Wir kümmern uns jetzt erst mal darum, dass wir einen ... Ich würde sagen, wir machen das jetzt mit den Villagern mal. Eigentlich wollte ich ja die Dungeon-Tour machen, weil ihr seht das ja. Ich habe ja hier sieben Dungeons vorbereitet, die ich mit euch erkunden wollte. Aber wir haben jetzt schon so viel. Ich kann ja jetzt hier nicht wieder ... Warte mal. Hier können wir ja auch vielleicht mal ... Äh, nee. Ist hier schon gelootet. Ähm ... Das wird ja wieder eine 100-Minuten-Folge. Ich suche jetzt mal ganz kurz das Dorf. Boah, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig coole Idee. Sind alle da? Ja. Haben wir hier einen Bannerträger auf schneller Basis? Ich könnte einen Raid auslösen. Und dann mit meinem Totem der Besessenheit und des Besitztums könnte ich dann den Ravager steuern. Und der ist ja dann ... Der ist dann komplett OP. Aber ich glaube, bis wir den Prank machen, den machen wir auf jeden Fall noch. Weil der greift dann automatisch übelst brutal an. Bevor wir aber den Prank machen, muss ich das Teil erst noch reparieren. Weil ich habe ein bisschen rumexperimentiert damit. Und das ist komplett im Arsch. Ist auch heftig. Hier sind zwei Dörfer exakt nebeneinander. Die sind so nah, dass man denken könnte, es ist ein Dorf. Das ist ja auch wild, oder? Okay. Wir brauchen einen Willi. Einen Arbeitslosen Willi. Hier haben wir da rein. Das ist auch kein Arbeitsloser. Also ein Grüner, der keinen Job annehmen will. Das heißt, wir haben schon alles, was wir wollten. Ab zum Dorf. Ich muss das Teil tatsächlich vergrößern. Scheiße. Wir setzen ihn erstmal da rein. Ist ja egal. Okay, warte mal. Aber eigentlich müssten wir den Block da rein platzieren können. Eigentlich müsste das noch gehen. Warte mal. Wir tun den erstmal raus. So, platzieren den Block. Ah nee, warte. Der soll keinen Beruf annehmen. Wie macht man das? Weil wir müssen hier mal einen kleinen hier. Jetzt haben wir den Berufsblock hier. Den Floristenblock sozusagen. Und wenn wir jetzt den Villager da rein platzieren. Sollte er... Ah, er triggert auf irgendeinem anderen Block. Wahrscheinlich auf, weiß ich nicht, Braustand oder so. Nee, Braustand haben wir ja da rein platziert. Auf was triggerst du, Kollege? Kannst du mir Ditte mal sagen? Was ist hier ein Berufsblock? Amboss vielleicht? Aber Amboss ist ja kein Berufsblock. Er hat den Beruf angenommen, oder? Nee. Genau. Für drei Smaragde macht er die Honigwabe. Wir können aber tatsächlich ein bisschen was haben. Wir können mal ein bisschen was kochen tatsächlich. Warte mal. Erstmal muss man das hier abbauen. Denn, ähm, ich hab ja eigentlich alles, was man benötigt für, äh, Verbesserung der Willis. Ähm, und wenn wir den ein bisschen günstiger kriegen, das wär schon big. Äh, das heißt, wir benötigen eine Blaze... Blaze... Wer schneidet jetzt? Wir benötigen eine Blaze Rod. Die trade ich mir mal ganz kurz, weil wir brauchen... Okay, ich muss so den richtigen erwischen hier. Denn wir brauchen einen zweiten, ähm, Braustand, den ich dann halt auch dieses Mal wirklich als Braustand benutze. Ja, klappen wir uns ganz kurz, äh, den platzieren wir... Hier drauf, würde ich sagen. So, okay. Jetzt brauchen wir Bottles. Haben wir genug. Ich brauche noch eine Blaze Rod, ne, fällt mir grad auf. Äh, die müssen wir mit Wasser... Nee, müssen wir die mit Wasser füllen? Ja, müssen wir. Bam, bam, bam. So, dann machen wir Lohnstaub. Den fügen wir da hinzu, damit das ganze Ding auch Power hat. Und da fällt mir auf, wir brauchen keine Warzen. Denn wir brauchen eigentlich nur ein fermentiertes Spinnenauge. Aber lass mich das mal ganz kurz... Ich mach einen Schwächetrank halt, ne. Einen Schwächetrank zum Werfen brauchen wir. Da brauchen wir, genau, äh, brauchen Trank der Schwäche mit Schwarzpulver. Genau, und das, genau, fermentiert, Schwarzpulver, perfekt. Hoho, geil! Fermentiert. Das kuckt jetzt. Dann brauchen wir Schwarzpulver. Bam, als nächstes. Das können wir schon wieder zurück in die Kiste tun. So. Dann benötigen wir, ähm, Goldäpfel, ganz viele. Und da hab ich nämlich einen Haufen Stück gefunden. Wir haben acht Stück. Das ist geil. So, genau. Das ist jetzt Schwäche. Bupp. Und die müssen wir zum Werfen machen. Da reicht halt, weil die so eng beieinander sind, ein Schwächetrank. Ähm, dann Goldäpfel. Und natürlich ein Zombie, den wir da reinkicken müssen. Das ist klar. Das heißt, wir bräuchten vielleicht Nacht. Das wäre ganz gut. Und dann könnten wir den Zombie vielleicht sogar einen Namen geben und den irgendwo einsperren. Dann haben wir den immer parat, falls wir das weitermachen wollen. Das wäre, glaub ich, ganz klug. So. Jetzt haben wir die drei Tränke. Perfekt. So. Die tun wir in die... Ich würd sagen, das passt in die Verzauberungskiste, oder? Was hab ich denn hier noch? So. Ich glaub, man kann sein Skateboard tatsächlich richtig krass OP verzaubern. Ich denk, das ist komplett overpowered, wenn du da wirklich alle Verzauberungen durchkaschämst. So. Ähm. Okay, wir haben das und das. Jetzt bräuchte ich einen Zombie und einen Name Tag. Ja. Da wir jetzt keinen Name Tag parat haben, gebe ich dem einfach eine Rüstung. Wenn der eine Rüstung aufsammelt, dann wird der auch... Dann verschwindet der dann quasi auch nicht. So. Wir müssen aber jetzt schon mal ein Gehege für den bauen irgendwie. Hm. Wo macht man bitte am besten? Hier in der Nähe, würde ich sagen. Na, hier. Wir haben ja hier schon ein Loch. Das machen wir hier. Und dann hier, 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 hier. So. Und dann bauen wir das ruhig zu. Und dann setzen wir den da ab und dann bauen wir es zu. So würde ich sagen. Das ruhig eins tiefer machen. Würde sagen, ich mache einfach hier so eine kleine Markierung. So. Das ist dann die Ecke. Das merke ich mir. Den Block baue ich dann einfach ab. Na, warte. Wir können es sogar anders machen. So, damit der hier einfach noch nicht rausläuft. Und sonst müssen wir irgendeine Höhle finden, wo wir irgendeinen Zombie finden, den wir dann... Ach, hier ist ja perfekt. Den wir dann unsere, ähm, Werkbank in die Hand drücken. Ach, Werkbank. Was quatsch ich überhaupt? Benson. Den wir dann die Brustplatte in die Hand drücken. Aber hier ist eh alles ausgeleuchtet. Wer auch immer Höhlen ausleuchtet. Äh, ah, da war... Höh? Warum sind die... Höh? Was spawnen hier für Mops, Alter? Das ist, glaube ich, durch meinen Amber-Monoliden. Weil, also Affen spawnen ja hier nicht natürlich, denke ich mal. Aber hier ist eine Big Baba-Butzen-Höhle. Da ist ein Zombie. Perfekt. Du musst mal bitte die Rüstung hier nehmen. Ja, Kollege, äh, willst du mal die Rüstung nehmen hier, oder was? Sammel doch die Rüstung auf. Was willst du denn nun mit der Rüstung? Komm. Ja, 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 ja. Ü, ü, ü. Irgendwie, er weigert sich. Hä? Wir müssen das anders bauen. Ich hab vercheckt, dass wir, ähm... Wir müssen das anders bauen, Freunde. Ich hab vercheckt, dass man die Leute, äh, dass man Zombies nicht tragen kann. Das heißt, wir machen einfach hier so eine separate Station quasi. Hier. Die Melone mal weg. So. Dass wir dann quasi hier den Zombie reinpacken. Hallo. Was ist das für ein Schild, Alter? Ja, den können wir ja gleich ändern. Bin ja grad da am, bin ja grad da am Kochen. Hast du grad irgendwas nach mir geschmissen? Nee, 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 nee. Hey, natürlich! Mann, jetzt hab ich Scheiben wie bei der Spitze gebrannt. Aber du hast grad was da zu mir gemacht. Du hast diese Pfeile, diese Spuckpfeile oder so. Nein. Ach, du kannst das Schild schmeißen, Alter. Das ist ja... Wir von Captain America. Das ist ja crazy. Ja, ich versuche ja grad meine Villager zu verbessern. Das ist ja aber tatsächlich ein Drahtseilakt. Ich brauche einen Zombie. Den lock ich dann... Na gut, das machen wir sicher, zauber mal weg. Den lock ich dann hier einfach so rein. Zack. Dann bauen wir das zu. Dann gibt man den Rüstungsstück. Und dann soll der mal die ganzen Villager attackieren. Dann werden die alle zu Zombie-Villagern. Und dann, genau. Dann schmeißen wir da Schwäche drauf. Dann geben wir den Goldäpfel. Dann haben wir das Ganze auch eingetütet. So, aber wir brauchen jetzt erst mal einen Winnie. Ryan stinkt. Ob Ryan weiß, dass hinten an seinem Haus Ryan stinkt steht? Hier sind doch sonst immer Monster gespawnt. Ein Zombie. Hallo, mein Macher. Kommen Sie mit. Folgen Sie mir unauffällig. Los. Ich mache Ihnen sogar den Weg frei. Hier. Ja, nerv mich mal nicht, bitte. So, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Jawohl. Am besten, ich gebe dem Helm, damit er keinen Stress kriegt wegen Sonne und so. Ist ein Name natürlich. Da ist Chaos, Flo. Der hat da einen Bunker. Flo? Was macht der da unten, Alter? Hast du da einen Bunkern geheim etwa? Ähm. Definitiv nicht. Okay, alles klar. Der hat da einen Bunker, hä? Nee, warte mal. Falsche Richtung, Tommy. Bist du doof? Andere Richtung. Hier musst du lang. Boah, dann können wir endlich unser Stargate. Und dass wir das Stargate nennen, ist natürlich nur ein Joke. Das ist kein echtes Stargate. Und das ist auch noch nicht fertig. Lasst mich doch mal kochen, Leute. Aber erst mal müssen wir das Ganze hier wachsen, damit das nicht jeden Tag aussieht wie Kacke, Alter. Los, komm, mein Guter. Aber jetzt nicht gehen die Stacheldraht. Mach bitte jetzt hier keinen Stress. Ich habe geheime Informationen. Ey, wo kommst du denn her, hä? Ich bin einfach hier hingelaufen. Bist du doof? Ja, der ist einfach gesporen, du Sexcharakter. Boah, du. Muss ich dich jetzt tönen? Ich gebe keine Tipps, ich weiß für mich. Leg das Ding weg. Hallo, Benjamin, komm her. Flo hat einen geheimen Bunker. Ja, haben wir uns fast gedacht, weil er gerade aus der Erde rauskam. Ja, da unten nämlich. Da muss hier, der muss hier. Guck uns den doch mal an, Flo, oder? Wo ist denn der geheimen Bunker? Das wird jetzt der Jungsbunker. Das ist der Jungsbunker mit Benjamin. Dann darf Gampo ja nicht rein. Hey, ich bin der Leiter vom Jungsbunker. Was dreht du heute? Drehst mich, drehst mich, drehst mich, drehst mich, drehst. Hey. Ähm, wir, äh, ich war tatsächlich ... Hä? Hä? Als ob der jetzt so schnell despawned ist. Das ist ja wohl ein Witz. Ich habe no joke direkt Karma kassiert, ne? Warum? Für was? Ja, ich hatte hier schon einen Zombie vorbereitet, weil ich meine Villager verbessern will. Und nur weil ich ganz kurz bei euch war, ist der hier schon despawned. Das ist kacke. Weil ich dem nichts in die Hand gegeben habe. Ich wollte das gerade machen, dann habe ich aber euch quatschen hören und dann ... Mann, ne. Aber dafür haben wir eine Überraschung für dich. Ein Käfig, wo ich jetzt reinlaufe. Nein, nein, im Partykeller haben wir einen super Upgrade. Und du darfst als einer der Ersten diese neue Technologie erfahren. Partykeller? Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Partykeller habt. Oha, mit Dekoblöcken. Das ist alles hier. Das ist unser Nachbarschafts-Kanal. Jetzt gucke ich mal an. Ja? Du kannst es mit Alexa hier machen. Nimm mal dein Büro. Hä? Nimm dein Büro, wie du es machen würdest. Ja, aber mein Büro ist aus gerade. Ja, dann mach mal an. Alexa, Büro an. Du hast es ja einfach an- und ausgedrückt. Alexa, Büro aus. Hallo, ey, was war das denn? Hey, du kommst da oben nicht raus, mein Lieber. Scheiße. Augenscanner. Entschuldigung, du kannst diesen Scanner nicht benutzen. Er gehört Nordgambo. Bei uns war das eben übelst lustig. Hä? Aber wusstest du, dass man Deckenlampen mal an- und ausmachen kann? Wir wussten das nicht. Ach Mann, ey. Ich wusste das echt nicht. Aber das geht nur, wenn die von oben runterhängen. Könnt ihr mich bitte rauslassen? Nur wenn du sagst, dass das lustig war. Das war lustig. Kommst du später in meinen geheimen Jungsbunker? Hallo. Ganz drauf. War überhaupt nicht lustig, hab ich mir ausgedacht. Tschüss. Ey. Ey. Aber ich komm trotzdem in den Jungsbunker. Schmeiß. Das ist halt so cool gewesen. Hey, warte mal. Ich bin bei Gambo raus. Ich bin bei Fabi rein. Das ist da auf der Nachbarschaftspartykeller. Das ist ja krank. Ich bin nicht aufgefallen, dass das unterschiedliche Wege waren. Nö. Nö, das bin ich aufgefallen. Bitte, ich brauche Nacht jetzt. Ja, bitte nicht schlafen. Nimm mal die Nautilus-Schale, Kollege Schnürschuh. Bitte in die Hand, wenn es geht. Danke, Kuss. Jetzt die spawnt er nämlich nicht mehr. Jedenfalls, soweit ich informiert bin. Denn doch ist meine einzige Nautilus-Schale weg. Das wäre schon relativ ärgerlich. Nur, äh, so, warte, wir haben jetzt... So, ja, ja, ja. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. Ja, 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 hier schön rein. Nee, warte. Äh, nee, das war nicht so gut. Das Problem ist, ich werde ihn sowieso töten, nachdem wir das gemacht haben. Und dann einfach immer... Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir den einfach die angreifen. Hä? Wieso ist ein Creeper auf? Logos Dach gespawnt. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir den Zombie jetzt einfach seine Arbeit machen lassen und ihn anschließend töten. Und dann einfach immer wieder neue Zombies hohen. Ich glaube, das ist wirklich am einfachsten. Okay, legen wir los. Walte deines Amtes, mein Zombie. Nicht auf mich, du Idiot. Bist du doof auf die Villager? Der ist auf mich halt getriggert. Aber der soll mal aufhören. Das ist, weil der mich halt sieht. Jetzt. Attacke! Ja, kannst du auch mal Hits machen, Kollege? Da ist es ja wieder auf mich getriggert. Ah, so, jetzt haben wir drei. Einen hat es da hingerafft, leider. Ja, naja. Jetzt schmeißen wir einen Schwächetrank auf die. So. Kommen sie mal ran hier. Goldapfel 1. Goldapfel 2. Goldapfel 3. Haben die jetzt alle den Gold-Effekt? Ich glaube schon. Ja, einen hat es leider erwischt. Das Problem war, dass nicht nur der Zombies und auch die Zombie-Villager dann alle gegenseitig aufeinander geschlagen haben, weil ich die ja nicht in unterschiedlicher Abteilung gekarrt habe. Und deswegen haben die sich so heftig gehrtet, dass der eine zu viel Schaden bekommen hat und leider gestorben ist. Das ist, aber welchen habe ich denn verloren? Das kann ich jetzt anhand des Designs gar nicht so feststellen. Am liebsten wäre mir der Florist gewesen, aber den habe ich wohl nicht verloren. Ich habe irgendeinen verloren, den ich hochgetradet habe. Verdammte Kacke, ey. Okay, während die sich verwandeln, mir ist ja ein Villager leider abhandengekommen, würde ich sagen, ich glaube, der Chunk ist sowieso geladen, weil hier gerade irgendjemand, ich glaube, Gambus in seinem Haus oder so. Ach nee, die sind da ja langgelaufen. Naja, so schnell entlädt der sich sowieso nicht. Wir gehen noch ganz kurz einen Villager holen, damit wir den, den wir verloren haben, da ersetzen können. Da habe ich leider, das war ein bisschen unglücklich tatsächlich. Easy hat wieder komplett Rambazamba gemacht, ey. Die haben sich wieder gesteckt ohne Ende. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber insgesamt war es doch eine sehr erfolgreiche Aktion. Wir können das jetzt auch gleich nochmal wiederholen und die Villager noch eine Stufe besser machen. Ich muss aber irgendwie dieses Konstrukt umbauen. Insgesamt ist das nicht so wirklich durchdacht. Das ist wieder irgendwie hingebogen und hingezweckt. Typisch Benzone wieder. Jetzt, wo ich den Vogel habe, der schneller als eine Elytra ist, macht es eigentlich, also den Dinosaurier meine ich jetzt, macht es eigentlich natürlich Sinn, gar nicht mehr so viel auf, das ist ein Florist, ne? Lohl. Macht es gar nicht mehr so viel Sinn, glaube ich, mit einem Morph rumzufliegen, sondern es macht mehr Sinn, mit dem Dino rumzufliegen, weil du bist halt doppelt so schnell. Geil. Ah, meine, 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 hier, meine Villager haben sich verwandelt. Schwäche an Zomndorf wohnen und teile ihn. Geil. Bessere Trades, Alter. Das schmeckt. Was ich halt will, ist auf jeden Fall, dass ich eine Honigwabe für ein Smaragd bekomme. Das ist halt ein wichtiger Trade. Weil ich brauche ungefähr 200, 300 Stück, wenn wir da pro Trade, weil der kostet ja eigentlich drei Smaragde, wenn wir es auf eins runtergebogen kriegen, spare ich ja, wenn ich sagen, wenn wir mal zwar 200 Stück kaufe, 200 mal 2, also 400 Smaragde spare ich mir da. Sind da überhaupt noch Dinos drin, sag mal? Was Easy da gemacht hat. Ich glaube, es sind einfach keine Dinos mehr drin hier. Easy, die sind ja alle ausgebüxt irgendwie. Da musste irgendwie mal noch, also sieht es ja schick aus, aber ohne Dinos, das ist ja kein Dinopark, ne? Eine Fliege ist drin. Eine Dino-Fliege. Da müssen Frösche rein. Da müssen, ne, wisst ihr schon. Ihr habt ja selbst alle bei, oh, come on, okay. So. Ah, okay, jetzt tun wir den hier rein, dann kriegt der sein Joy. Ah, jetzt haben sich noch nicht alle verwandelt, wir müssen noch warten. Aber einer hat sich schon verwandelt. Hä? Oh, nee, der hat sich verwandelt und wurde dann von den verdammten Zombies getötet. Oh, ich kann nicht mehr. Das heißt, sobald sich hier einer verwandelt hat, müssen wir den rausnehmen. Oh, Mann, jetzt sterben alle meine Villager, weil ich wieder so dumm bin, ey. Mir hat diese ganze Villager-Situation jetzt wirklich brutals nicht mehr gefallen. Jetzt kann ich auch wieder mein Melonenfeld hier richtig machen. Ähm, deswegen hab ich das Ganze jetzt mal umgebaut. Das Feld hier ist jetzt komplett weg. Wir haben jetzt hier den Geistlichen full gemaxed und schon mal einmal reduziert. Ihr seht das hier am Preis. Wir haben den Jäger, der ist reduziert, aber halt noch nicht gemaxed, weil den hab ich ja bei der Verwandlung leider verloren. Und wir haben hier den Floristen, der ist auch, das krieg ich für ein Smaragd, eine Honigwabe, was absolut perfekt ist für, ähm, unser Stargate, was wir natürlich noch verschönern möchten. Das ist klar. Ähm, hier unten hab ich jetzt so einen kleinen Gang und jetzt kann ich hier einen Zombie rein buxieren. Der greift die dann alle an, verwandelt die, ich kann die alle machen, die killen sich nicht mehr gegenseitig und damit hab ich hier wieder eine perfekte Villager-Situation. Sehr, sehr gut. Kann das auch beliebig erweitern in beide Richtungen, kann ihnen noch mehr Villager hinzufügen, kann dann alle mit einmal verbessern. Ich mach aber noch was zum Abschluss. Easy, komm mal zu mir. Die ist nämlich radioaktiv, verstrahlt noch von der Atombombe. Ben, ich brauch Hilfe! Ich bin verstrahlt worden von der Atombombe. Warum denn? Von was denn? Von was wohl? Ja, okay, warte. Lass mich. Ich sterbe. Lass mich kochen. Hör zu mir. Ich hab hier, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ja okay, ich weiß nicht, ob dir das jetzt wirklich was bringt. Aber ich kann dir einen Schutzanzug craften. Ich weiß nicht, also wir müssen kochen. Ein Strahlenschutzanzug? Was, kochen? Ich weiß aber nicht, ob dir das jetzt, ach, ich hab das alles schon verbraten für die Atombombe. Okay. Für welche Atombombe denn? Äh. Du hast keine gezündet. Ne, weiß ich auch gar nicht. Ich hab zwölf, ich hab jetzt zwölf Polymerplatten. Für mehr reicht mein Zeug jetzt hier leider gerade nicht. Das heißt, ich kann damit dir craften. Ne, halt keine volle Rüstung leider. Ich kann dir aber Schuhe machen und einen Helm. Sieben. Musst du ein bisschen rechnen? Ich kann dir eine Hose und einen Helm machen. Oder eine Brustplatte. Ich mach dir eine Brustplatte. Ich will aber lieber Schuhe. So, hier. Ich weiß nicht, zieh das mal an. Schau mal, ob dir das was bringt. Kriegst du weniger Schaden dadurch? Oder ist der Effekt weg? Oder irgendwas? Hat das irgendwas gebracht? Ähm. Nein. Scheiße. Es hat nichts gebracht. Ich glaub, der Anzug schützt dich nur davor, den Effekt zu bekommen. Aber nicht, wenn du ihn schon hast. In 23 Minuten. Ja gut, sterb ich. Also das Essen, was das heißt, es gibt Essen, das heißt grünes Soylent. Aber hab ich leider nicht. Wie heißt das? Grünes Soylent. Grünes. Mit Z geschrieben? Ach, da hast du da diese Packung. Nee, nee, wieso ja. Okay. Und wo kriegt man die her? Boah, die muss man finden, ey. Also, puh. Da musst du jetzt durch. Aber Gambo hat vielleicht eine in seinen Kisten, hat er gesagt. Ja, viel Spaß beim Suchen bei den Kisten. Danke für diese wunderschöne Schuhe. Aber ich will meinen Anzug gern wieder. Ja, bitte schön. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Na gut, Leute, das war ein Reihenfall. Jetzt haben wir zumindest zwei Rüstungsteile. Können wir ganz kurz gucken, wie der fit aussieht, Leute. Äh, bup, bup. Boah, Alter, ich sehe anders breit aus, Junge, mit dem radioaktiven Schutzanzug. Naja, das Problem ist, ich brauche jetzt mehr Paste und so. Ähm, ich habe aber alles verbaut für die Atombombe. Das heißt, wir müssen dann noch mal in die Cave rein, um die restlichen Rüstungsteile zu craften. Wir müssen dann auch noch die Strahlenpistole natürlich craften und auch viele weitere Sachen. Ähm, das heißt, gut, aber wir haben schon mal angefangen. Wir haben schon mal angefangen. Also können schon mal das hier in die Kiste zurücktun. Das Eisen ist hier. Na, da waren wir doch produktiv heute. Ähm, wenn ihr das Video gerade guckt, dann ist höchstwahrscheinlich Samstag, weil das Video Samstag rauskommt. Morgen Sonntag von 10 bis so ungefähr 14 Uhr, je nachdem, wie lange wir Böcke haben, werde ich meinen ersten Freunde Livestream kicken. Also seid auf jeden Fall Sonntagvormittag auf meinem Kanal. Wird mich sehr, sehr freuen denn zahlreiche Leute da einschalten und wir machen zusammen im Livestream gut Action hier auf YouTube. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns morgen 10 Uhr im Freunde Livestream. Haut rein, euer Benzern. Ciao. Ciao.